Die nächste Entscheidungsregel, die wir uns anschauen, ist dann auch schon die vorletzte hier, ist das sogenannte µ-Sigma-Prinzip. Und es ist kein Zufall, dass hier das µ auch drin steckt, weil wir das µ von eben auch benutzen werden. In Worten, das µ-Sigma-Prinzip könnte man so beschreiben, schau dir den erwarteten Gewinn an und das erwartete Risiko für jede Aktion und dann entscheide so gut wie es geht. Weil hier ist es so, hier kommt selten irgendeine eindeutige Aussage raus, weil obwohl wir ganz viel rumrechnen, haben wir am Ende zwei Parameter raus für jede Aktion und müssen dann auch jede Aktion in Bezug auf beide Parameter bewerten. Der erste Parameter ist das µ, was wir eben berechnet haben. Das ist sowas wie der erwartete Gewinn oder der erwartete Nutzen. Da wollen wir, dass es so hoch wie möglich ist. Und der zweite Parameter, den wir berechnen, ist eben das Risiko. Das berechnen wir über die Standardabweichung. Und das sagt uns dann eben was aus über das Risiko dieser Aktion, wie stark die schwankt. Und da wollen wir natürlich, dass es so niedrig wie möglich ist. Und hier im Beispiel kann ich nochmal durchgehen jetzt. Also µ1, hatten wir eben gesagt, ist 33. Also das ist jetzt 1 zu 1 übernommen von eben. So, das ist der erwartete Gewinn. Und jetzt rechnen wir noch das Risiko aus. Wie rechnen wir das Risiko aus über die Standardabweichung? Die Standardabweichung in Worten ist die Summe der quadrierten Abweichungen vom Mittelwert. Das sieht dann so aus für 1. Nennen wir es mal Sigma 1. Ich schreibe mal ein Quadrat dran, damit ich nicht so eine große Wurzel schreiben muss. Für Aktion 1 sind wir jetzt also. Wir gucken uns dann an, was passiert bei Zustand 1. Da kriegen wir, wird 20 realisiert. Und da bilden wir die Differenz zum Mittelwert. Das ist 33. Das quadrieren wir. Und gewichten es auch mit der Wahrscheinlichkeit. Ein Zehntel habe ich jetzt dran geschrieben. Und das machen wir für jeden Zustand. Das heißt, für den zweiten Zustand haben wir dann hier die 30 und die 0,5. Dann steht da eben plus 1,5 mal 30 minus 33 zum Quadrat. Und für den dritten Zustand sehen wir, da haben wir einen Gewinn von 40 und eine Wahrscheinlichkeit von 40%. Und das ist dann eben 0,4 mal 40 minus 33 zum Quadrat. Das ist die Formel für die Standardabweichung. Also im Endeffekt ist es auch erstmal eine Summe, die wir bilden für jeden Zustand. Und in dieser Summe steckt eben drin die Differenz von dem eigentlich realisierten Wert, das sind hier diese 20, 30 und 40, zu dem Mittelwert. Das sind die 33, die wir vorher ausgerechnet haben. Das quadrieren wir jeweils und gewichten nochmal mit der Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir das alles eintippen, sollte rauskommen 6,4 zum Quadrat. Also das, was jetzt hier rauskommt, wenn wir da die Wurzel ziehen, müsste 6,4 sein. Gehe ich nochmal durch für Aktion 2. Bei A2 brechen wir auch die Standardabweichung. Und da sagen wir eben, in Zustand 1 haben wir einen Wert von 0, Wahrscheinlichkeit von 0,1. Also 0,1 mal 0 minus 51, weil der Mittelwert hier ist 51, quadriert, plus 0,5 mal 30 minus die 51 zum Quadrat. Und für den dritten Zustand nehmen wir eben hier den Wert 90, mit Wahrscheinlichkeit 0,4. Und wenn wir das alles eingeben, sollte ein Sigma rauskommen von 33. Und für das dritte, wenn wir das eingeben, sollte ein Sigma rauskommen von 58,79. Und die Preisfrage ist jetzt, was machen wir damit? Wir sehen, Aktion 3 hat den höchsten erwarteten Gewinn. Aber Aktion 3 hat gleichzeitig auch das höchste erwartete Risiko. Und wir sehen, Aktion 1 hat das geringste erwartete Risiko, aber auch den geringsten erwarteten Gewinn. Das heißt, im Endeffekt können wir hier nicht so wirklich irgendwas entscheiden, laut MySigma-Prinzip, weil jede Aktion hat hier quasi Stärken und Schwächen. Aktion 1 bringt uns im Durchschnitt nicht so viel, aber hat auch nicht so viel Risiko. Das wäre dann Deutsch-Staatsanleihen. Und Aktion 3 könnte uns ziemlich viel bringen, hat aber auch hohes Risiko. Ist dann quasi griechische Staatsanleihe. Aber, wenn jetzt rauskäme, wenn jetzt das Zahlenbeispiel so konstruiert wäre, dass alle drei Aktionen das gleiche My haben, den gleichen Erwartungswert, dann könnten wir schon aussuchen, die Aktion, die das niedrigste Sigma dann hat. Weil dann könnten wir zwischen den drei Aktionen, die den gleichen erwarteten Gewinn haben, einfach die auswählen, die das geringste Risiko hat. Aber es ist nicht garantiert, dass es immer so passiert. Welches würden wir hier wählen? Je nachdem, wie risikofreudig man ist. Also, laut MySigma-Prinzip sind alle drei okay. Das generators engineering, ich beispielsweise also werk. Das較 interessiert, dass wir hier in einer Frau Schöne an Και, dass ihr hier, in einer Frau Schtaf angekündert sei. Dus letztend ist eine Mar benefic활η durch die Rikerein. Das ist schön, dass wir hier im Konser.